Bei der Eiger-Nordwand gibt es eine Geschichte, die deutlich heraussticht. Viele kennen sie grob, aber die Einzelheiten, die diese Geschichte mit sich bringt, sorgen erst wirklich für ihre extreme Gesamtheit. Die Nordwand des Eigers lebt maßgeblich von vier Namen. Und um die geht es heute. 1935 fand der erste ernsthafte Besteigungsversuch der Eiger-Nordwand statt. Damals dabei Max Sedlmayr und Karl Mehringer. Sie wurden durch ihre Tragödie bekannt, sodass es bisher an der Eiger-Nordwand nur schwierige und traurige Geschichten mit bösen Enden gab. Doch ein Jahr später, im Jahr 1936, betreten zwei andere Bergsteiger die Bühne. Toni Kurz und Andreas Hinterstäuser. Diese beiden waren äußerst begabte Kletterer, die sich bereits am Untersberg oder dem Watzmann abarbeiteten und hier auch viele Erstbegehungen schafften. Beide waren Teil der Berchtesgadener Gebirgsjäger in einer Zeit, in der der Nationalsozialismus in Deutschland an der Macht war. Daher galt damals auch das Prinzip des Heldentums, das durchaus auch seinen Beitrag dazu leistete, dass Toni Kurz und Anderl Hinterstäuser zum Eiger kamen. Doch am Eiger selbst waren sie alles andere als allein. Insgesamt drei Seilschaften machten sich im Juli auf den Weg zum Eiger. In der zweiten Reihe diverse Reporter aus dem Dritten Reich, teilweise direkt aus Berlin, deren oberstes Ziel eine nahtlose Berichterstattung war. Toni Kurz und Anderl Hinterstäuser quittierten ihren Dienst bei den Berchtesgadener Gebirgsjägern, da sie für dieses Unterfangen nicht befreit wurden. Nun saßen sie am Fuße des Eigers, zusammen mit einer Salzburger Seilschaft, bestehend aus Willi Angerer und Eduard Reiner. Die beiden Seilschaften waren einander flüchtig bekannt, doch vor allem kannten beide auch Sedlmayr und Mehringer, sodass ihnen der Ernst der Lage und das Vorhaben durchaus bewusst war. Gleichzeitig aber kamen durch die zweite Seilschaft auch Konkurrenzgedanken auf. Am 18. Juli 1936 sollte es aber dann losgehen. Das Wetter war gut und die beiden Seilschaften legten getrennt voneinander los. Dabei war den Teams eine Sache, über die anderen nicht bekannt. Kurz und Hinterstäuser hatten einen immensen Drang, als erste am Gipfel durch die Nordwand zu stehen. Aber Reiner und Angerer ebenso, denn sie hofften nach dem Anschluss an das Dritte Reich, durch diese Leistungen schon mal Pluspunkte zu sammeln und ein ausschweifendes Leben genießen zu können. Beide Teams hatten also ein Ziel, das jedenfalls nur eine Seilschaft letztlich erreichen konnte. Wichtige erste Schlüsselstelle für Hinterstäuser und Kurz war ein Quergang. Dieser galt als unmöglich zu klettern und gerade durch die vorherrschenden Bedingungen, die alles andere als ideal waren, stand die Tour nun vor dem Aus. Doch Hinterstäuser hatte eine geniale Idee. Zusammen mit Kurz entwickelte er bei vorigen Touren eine Art Überwindungstechnik für Querungen, die nicht zu klettern sind. Dabei ließ Kurz Hinterstäuser am Strick über einen Schlaghaken ein Stück weit ab. Danach versuchte er, über die Seillänge als menschliches Pendel zu fungieren. Mit genügend Schwung suchte er im Lauf der Querung wieder nach einem guten Tritt, um wieder einen Haken schlagen zu können und damit die Stelle abzusichern. Diese Technik hatten die beiden so gut drauf, dass sie auch bei dieser Stelle Anwendung finden sollten. Mit Erfolg gelang ihnen der heute als Hinterstäuser-Qergang bekannte Teil der Aufstiegsroute. Doch dabei machten sie einen entscheidenden Fehler. Nachdem sie den Österreichern als Friedensangebot die Querung über das installierte Seil anboten, zogen sie es ab. Vermutet wird, dass sie es für den weiteren Aufstieg noch als wichtig erachteten. Doch zeitgleich war damit sicher. Ein einfaches und schnelles Zurückkommen war jetzt unmöglich geworden. Doch für die zwei Seilschaften ging es erstmal weiter. Ihr Tempo war ziemlich schnell. So erreichten sie sowohl das erste als auch das zweite Eisfeld noch am ersten Tag. Selbst für die heutige Zeit ist das ein solides Tempo und bald 100 Jahre her. 19. Juli 1936. Die vier Bergsteiger machten sich laut Beobachtungen um 7 Uhr morgens auf den Weg, das zweite Eisfeld zu überqueren, um in Richtung Bügeleisen zu kommen. Langsam kam schlechtes Wetter, eine verringerte Sichtweite und damit fehlende Beobachter hinzu. Dann wusste man kurz gar nichts mehr. Erst am 20. Juli, also einen Tag später, konnte man sie wieder sehen und erkannte, die beiden Deutschen waren gerade erst mal am Bügeleisen angekommen. Ein ganzer Tag verging und sie schafften gerade einmal 10% der Strecke des Vortages. Wie konnte das letztlich sein? Tatsächlich passierte an diesem Tag kein Fortschritt, sondern sogar ein Rückschritt. Toni Kurz und Andreas Hinterstäusser stiegen zu den Österreichern, die sich ein Stück weit hinter ihnen befanden, ab. Aus einer Rivalität wurde eine Situation, die man gemeinsam lösen wollte. Beobachtungen zufolge befanden sie sich im Abstieg, nämlich beide Seilschaften. Willi Angerer verletzte sich vermutlich bereits am ersten Tag am Kopf und hatte so Probleme, weiter durch die Wand zu steigen. Gerade Kopfverletzungen können unbehandelt zu Bewusstseinstrübungen, Empfindungsstörungen, aber auch, ganz unwissenschaftlich gesagt, einer Portion Wahnsinn über die Zeit führen. Daher sollten alle vier letztlich versuchen, Willi Angerer wieder sicher ins Tal zu bringen. Der Abstieg wurde jedoch durch schlechtes Wetter dramatisch erschwert und der schlechte Zustand von Willi Angerer machte viele gefährliche Abseiler notwendig. Außerdem haben die kalten Temperaturen und die spärliche Ausrüstung für enormen Zeitdruck gesorgt. Doch dann gibt es einen Cut. Es gibt eine Lücke in den Erzählungen, die nie wirklich geklärt wird. Die Frage, was zwischen dem Abstiegsszenario passierte und dem Eintreffen von den Bergführern, die mittels Sonderzug zum Stollenloch fuhren, da jemand Hilferufe von Toni Kurz vernehmen konnte. Was war dazwischen passiert? Die wahrscheinlichste Antwort liegt in folgender Theoriebegaben. Während des Abstiegs auf der Höhe des Hinterstößerquergangs erfassten sämtliche Bergsteiger eine Lawine. Dabei sorgte ein Seilriss bei Hinterstößer für seinen sofortigen Absturz. Willi Angerer stürzte und hatte hinter sich am Seil noch Eddie Reiner und Toni Kurz. Er erdrosselte sich jedoch durch den Sturz im hängenden Seil, wodurch er Eddie Reiner über die Sicherung zur Wand zog und dieser schlagartig an der Felswand aufschlug und ebenfalls verstarb. Toni Kurz hatte hier aber die wohl unglaublichste Situation. Er überlebte die Situation beinahe unverletzt. Jedoch zog ihn das Seil von Eddie Reiner nach oben, welcher tot in einer Sicherung hing. Dieser hatte aber immer noch den toten Willi Angerer am Seil, welcher an der Wand weiter unten hing. Das alles führte dazu, dass Toni Kurz letztlich zu Willi Angerer abklettern musste und sein Seil auftrennte, um genug Litzen des Seilstrangs zusammenzuknoten und damit eine improvisierte Rebschnur zu basteln. Nachdem das gelang, schickten die Bergretter Toni Kurz mittels der Rebschnur Seil, Hammer und Haken nach oben, damit er einen Abseilstand einrichten und die letzten wenigen Meter zu seinen Rettern abseilen kann. In vielen Stunden Arbeit sollte das letztlich gelingen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Da das angelieferte Seil nämlich zu kurz war, wurde es wie Seilverbindungsknoten mit einem anderen Seil verbunden. Toni Kurz seilte sich aufgrund der Erfrierungen aber über eine Sitzschlinge ab, die er mit einem Karabiner verbannt. Den Knoten im Seil musste er somit durch den Karabiner schieben, was ihm letztlich aber nicht gelang, da der Knoten zu dick war. Wenige Meter vor dem sicheren Stand der Bergretter kam er dadurch während dem Abseilen zum Stillstand und kam weder vor noch zurück. Ein letzter Versuch der Bergretter war die Aufforderung, er solle das Seil durchschneiden und die letzten Meter abstürzen, um von den Bergrettern gefangen zu werden. Doch auch dafür reichte letztlich nach einem ganzen Tag Todeskampf und schweren Erfrierungen die Kraft nicht. Toni Kurz verstarb letztlich im hängenden Zustand am Seil, welches seine letzte Hoffnung und Rettung war. Alle Bergsteiger sind im Laufe einiger Stunden gestorben. Todesfälle in den Bergen passieren und passierten bis dahin immer wieder und am laufenden Band auch am Eiger. Was diese Geschichte aber so unglaublich machte, war die Tatsache, dass es kaum so gut dokumentierte und nahe Todeskämpfe mitten im Gebirge gibt, wie beim Drama um den Besteigungsversuch der Eiger-Nordwand 1936. Über den Besteigungsversuch von Kurz, Hinterstolzer, Angerer und Rainer gibt es viele Filme und auch Bücher. Auch im Buch Die Weiße Spinne wird diese Geschichte in vielen Details nochmal genauer aufgearbeitet. Was diese Geschichte so extrem spannend und berührend für viele macht, sie zeigt etwas auf, was die Bergsteigerinnen und Bergsteiger unserer Zeit allzu gerne verdrängen. Viele Todesfälle in den Bergen sind keine schnellen Unfälle und auch keine plötzlichen Todesursachen. Oftmals ist das schlimmste Szenario in den Bergen langes und qualvolles Leid. Damit ist die Eiger-Miniserie bei Berge im Porträt komplett und ich hoffe wie immer, dass auch diese Episode gefallen hat. Falls ja, gerne einen Daumen hoch geben und dem ein oder anderen Geschichtsinteressierten zum Thema Bergsport schicken. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!